Damit du dir von Regen keinen Strich durch deine Outdoor-Pläne machen lassen musst, beschäftigen wir uns jetzt mal ausführlich mit Regenkleidung. Dazu wird es sogar zwei Videos geben. Im heutigen Video geht es darum, welche Kleidungsstücke es prinzipiell gibt, um dich vor Regen zu schützen und was so die einzelnen Vor- und Nachteile sind oder auf welche Features du da noch achten kannst. Und im zweiten Teil wird es mehr um die Materialien gehen, was haben dir die Zahlen im Etikett zu sagen, wie funktioniert eine Imprägnierung und wie kannst du deine Regenjacken in Schuss halten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich bin Julia und freue mich, dass du da bist. Um dir das passende Regenkleidungsstück zu beschaffen, musst du natürlich erst mal schauen, was davon passt am besten zu mir. Und deswegen wird es in diesem Video einen Überblick über die verschiedenen Kleidungsstücke geben, die du dafür nutzen kannst. Am bekanntesten ist wohl die Regenjacke. Die gibt es auch wirklich ganz low budget. Nach oben hin sind da aber keine Grenzen gesetzt. Und da ist natürlich die Frage, was unterscheidet eine gute Regenjacke von einer günstigen Regenjacke. Und hier will ich dir ein paar Ausrüstungsmerkmale nennen, auf die du vielleicht beim Kauf achten kannst. Das sind Dinge, wo man vielleicht erst merkt, wenn man das benutzt, dass es einem was nützt oder dass es einem fehlt. Also kannst du auch wieder bei jedem entscheiden, ist das was, was du brauchst oder nicht. Fangen wir mal ganz oben an bei der Kapuze. Ich bin ein Mensch, der von der Körpergröße her auch Kinderkleidung kaufen könnte. Und meine erste Softshell-Jacke habe ich aus Preisgründen aus der Kinderabteilung gekauft. Da ist aber der Nachteil, dass die Kapuze viel zu klein ist und auch die Länge der Jacke nicht so richtig passt. Also wenn man still steht, mag das funktionieren, aber sobald man in Bewegung ist, klappt das alles nicht mehr. Also spar da auf jeden Fall nicht an der falschen Stelle, sondern investiere in eine Jacke, die zu dir passt. Die Kapuze sollte also ruhig schön großzügig geschnitten sein, damit du deine Frisur, deine Mütze und gegebenenfalls auch deinen Fahrradhelm noch unter die Kapuze drunter bekommst. Je nachdem natürlich, wofür du die Jacke nutzen möchtest. Dann ist es vorteilhaft, wenn du vorne an der Kapuze so einen kleinen Schirm dran hast, der das Regenwasser so ein bisschen von deinen Augen abhält. Beziehungsweise die fortgeschrittenen Variante sind auch Regenjacken, wo die Kapuzen sich noch ein Stück schlauchförmig nach vorn ziehen und dadurch wirklich dein Gesicht gut abschirmen. Die meisten günstigeren Regenjacken haben das nicht. Die sind ja mal mehr so für den Notfall in der Stadt gedacht. Aber wenn du damit wirklich länger draußen im Regen gehen oder dich aufhalten möchtest, dann wirst du das zu schätzen wissen, wenn du nicht dauernd Regen ins Gesicht bekommst. Die nächste Etage ist der Hals. Da solltest du drauf aufpassen, dass der Kragen der Regenjacke hoch genug ist, um deinen Hals gut zu schützen, dass du auch noch Platz hast für einen Schlauchschal oder einen normalen Schal, um dich da vor Kälte und Wind zu schützen. Dann schauen wir zu den Seitentaschen. Denn wenn du standardmäßig einen Wanderrucksack mit Hüftgurt trägst, dann liegt der Hüftgurt meistens genau über den Regenjackentaschen und du kommst schlechter in die Taschen rein. Deswegen gibt es Regenjacken, wo die Taschen ein wenig nach oben versetzt sind, sodass du auch bei geschlossenem Hüftgurt an den Inhalt deiner Taschen kommst. Eine Alternative werden natürlich noch diese Überzieher, wo man hier vorne so eine Tasche an der Brust hat. In die kommst du natürlich auch in jedem Fall rein, wenn du deinen Wanderrucksack drüber trägst. An den Ärmeln sollten die Bündchen auf jeden Fall verengbar sein. Entweder haben sie einen Gummizug oder es gibt auch welche mit so einem Klettverschluss. Das brauchst du, wenn du deine Regenjacke mal in Kombi mit Handschuhen verwenden möchtest, was ja in der kälteren Jahreszeit durchaus passieren kann. Und aber auch, wenn du Trekkingstöcke verwendest und dadurch deine Unterarme waagerecht sind oder beim Bergaufgehen sogar ein bisschen nach oben gehen, dann würde dir das Wasser natürlich sonst einfach in den Ärmel reinlaufen. Vom Schnitt her sollte die Jacke ruhig ein bisschen über deine Hüften nach unten weitergehen, damit sie sich auch nicht so leicht hochrafelt, wenn du deinen Rucksack trägst. Aber sollte natürlich auch nicht so lang sein, dass sie dich beim Gehen behindert. Und ideal ist noch, wenn die Gegend, wo am Rücken der Hüftgurt sitzt, etwas verstärkt ist, weil das natürlich eine mechanisch sehr beanspruchte Stelle ist, die sich sonst leicht abnutzt. Zuletzt kannst du dir die Reißverschlüsse anschauen. Da wäre es natürlich praktisch, wenn deine Regenjacke unterm Arm Reißverschlüsse hätte, um dich zu belüften. Gerade wenn du also einer Sportart nachgehst, wo du dich viel bewegst oder in gebirgigen Regionen wandern gehst und dadurch stärker schwitzt, ist das sehr vorteilhaft. Und ich persönlich finde es auch cool, wenn sich der vordere Reißverschluss nicht nur von oben, sondern auch von unten öffnen lässt. Denn so kann man hier oben, wo der Regen zuerst auftrifft, eine geschlossene Regenjacke tragen, aber unten das ein bisschen auflockern, sodass man auch leichter an seine Hosentaschen rankommt und nicht so sehr schwitzt, weil auch da wieder mehr Luft reinkommen kann. Der nächste Kandidat auf unserer Regenschutzliste ist die Regenhose. Die kannst du sehr gut kombinieren zur Regenjacke oder zu einem Poncho. Und da ist vor allem der Vorteil, dass sie dir Wärme liefert am Bein. Wenn du vor allem eben auch in kälteren oder windigen Regionen unterwegs bist, ist das vorteilhaft, weil die natürlich auch nicht sich aufplustert oder wegweht und du trotzdem einen guten Regenschutz von allen Seiten hast. Hier ist der Knackpunkt, wie leicht lässt sich diese Regenhose anziehen. Ich weiß nicht, ob du auch diese Situation kennst, es fängt an zu regnen und du hast vielleicht zwar schon eine Regenjacke an und du denkst, lohnt es sich jetzt, die Regenhose auszupacken oder noch nicht? Und diese Entscheidung ist halt auch viel davon abhängig, wie aufwendig es ist, die Regenhose anzuziehen. Es gibt die günstigeren Regenhosen, die man wirklich einfach wie eine Hose oben drüber zieht. Und da ist aber das Problem, was hast du denn für Schuhe an? In der Regel werden deine Schuhe nicht durch die normale Regenhose durchpassen und du musst die ausziehen, um deine Regenhose anzuziehen. Das ist super umständlich. Ich persönlich nutze aktuell eine Regenhose, die ich bis zum Knie an der Seite öffnen kann. Da kommt man mit Trailrunnern auf jeden Fall durch und ich komme auch mit meinen großen Wanderschuhen durch. Wenn ich allerdings vorher durch Schlamm und Matsch gelaufen bin, dann würde ich den in der Hose abstreifen. Und das möchtet ihr vermutlich auch nicht. Die dritte Variante sind Regenhosen, die man wirklich bis ganz nach oben hin öffnen kann und die man dann einfach sozusagen über seine eigentliche Kleidung drüber legt und an der Seite verschließt. Das ist sicher am unkompliziertesten. Nachteil hier ist natürlich, dass so ein langer Reißverschluss die Hose an sich sperriger macht und man sie dadurch schlechter zusammenfalten kann. Und falls du auf der Seite der Ultralight-Wanderer unterwegs bist, so ein Reißverschluss natürlich auch immer Gewicht liefert. Das gleiche gilt übrigens auch bei den Regenjacken. Wenn du Ultralight sein möchtest, dann ist dir jedes dieser Feature wahrscheinlich ein Dorn im Auge, weil es Gewicht auf die Waage bringt. Also hier musst du selber entscheiden, was ist es dir wert, dabei nutzen zu können und worauf kannst du verzichten. Der zweite wichtige Punkt bei den Regenhosen aus meiner Sicht ist der Zugriff auf Hosentaschen. Also wenn du eine Regenhose hast, die du auch als eigenständige Hose trägst, dann ist es natürlich super, wenn die auch Hosentaschen hat, die du entsprechend nutzen kannst. Wenn es aber ein Backup ist, was du über deine eigentliche Wanderhose drüber ziehst, dann musst du natürlich daran denken, die Sachen umzupacken, beziehungsweise habe ich leider im Moment eine Regenhose, die gar keine Hosentaschen hat. Darauf habe ich nicht geachtet beim Kauf. Das ist dann halt umständlich, wenn ich in meine Hosentaschen möchte, weil da komme ich nicht ran. Dann gibt es aber auch Regenhosen, die einfach Durchgrifftaschen haben. Das heißt, sprich einfach einen Schlitz an der Stelle, wo deine eigentliche Hosentasche ist und du dann den Inhalt deiner originalen Taschen immer zur Verfügung hast. Das ist sicherlich sehr praktisch. Zu guter Letzt finde ich es noch vorteilhaft, wenn sich die Regenhose am unteren Bein verengen lässt. Das geht oftmals durch Klettverschlüsse und das brauchst du dann, wenn du die Hose auch zum Fahrradfahren nutzen möchtest, damit das Bein einfach nicht so weit ist. Und ich finde es aber auch aus modischen Gründen und zum Wandern ganz praktisch, wenn die Hose da nicht überall rumschlackert. Unser nächster Kandidat ist der Regen Poncho. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Es kommt darauf an, was du unternehmen möchtest. Vorteil ist für mich beim Regen Poncho, dass du eine Art mobiles Dach hast, wo du beim Wandern zum Beispiel auch deinen Rucksack mit drunter machen kannst, wo du nicht komplett in Folie eingeschweißt bist, sondern von unten auch noch eine gute Belüftung möglich ist und das irgendwie sich unkompliziert anfühlen kann. Es gibt aber auch Leute, die Ponchos nicht so gut leiden können, eben weil sie durch ihre Größe ein bisschen unhandlich sind, weil sie vielleicht einen größeren Windwiderstand haben oder eben auch, weil sie die Wärme brauchen und dadurch lieber eine Regenhose nutzen. Ich halte den Poncho deshalb geeignet für Gegenden, wo du weißt, zum Beispiel es wird jeden Tag viel regnen. Also wenn ich zum Beispiel in Schottland wandern würde, dann würde ich ein Poncho nehmen. Hier ist es allerdings wichtig, dass du auch auf deine Windschnittigkeit achtest. Es gibt ja Ponchos mit und ohne Ärmel und ich würde dir auf jeden Fall einen Mitärmel empfehlen, denn dadurch bist du einfach keine riesige Fledermaus, die durch die Wälder stapft. Dann gibt es auch Ponchos, die so Befestigungsmöglichkeiten haben, wo du die unteren Zipfel quasi an Hose oder Schuh oder so befestigen kannst, damit der nicht komplett wegweht. Vorteil ist auch, dass du sehr große Ponchos als Notfalltarp verwenden könntest und ich persönlich habe einen Poncho, wo ich an der Seite so Reißverschlüsse eröffnen kann. Dann wird er nochmal viel riesiger und dann kann ich auch easy meinen Wanderrucksack mit darunter verstauen und brauche keine extra Wanderrucksack-Regenhülle benutzen. Das hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass ich eben trotzdem noch an die Außentaschen meines Rucksacks rankomme, wie zum Beispiel an meine Trinkflasche. Das wäre eben mit der Rucksack-Regenhülle nicht mehr so einfach möglich. Wenn ich den Poncho jetzt mit einem ganz normalen Tagesrucksack kombiniere, seht ihr, das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Der wird in der Länge kaum beeinträchtigt und ich habe den Rucksack gut geschützt. Wenn ich jetzt das Ganze aber mit meinem richtigen großen Wanderrucksack kombiniere, dann wird es doch eher unförmig. Dann bräuchte ich auf jeden Fall auch noch eine Regenhose dazu. Nachteil natürlich ist, dass ein Poncho auch ein ziemlicher Oschi sein kann, wenn man den eingepackt hat. Gewichtstechnisch macht es deshalb aus meiner Sicht eher in wärmeren Regionen Sinn. Da willst du ja eh nicht so sehr schwitzen und vielleicht kannst du da dann komplett auf eine Regenhose verzichten und sozusagen statt Regenjacke und Hose mitzunehmen, deinen Poncho nutzen. Dann sollte das gewichtstechnisch auch leichter sein als die beiden zusammen. Sicherlich kennst du diese billigen Einweg-Festival-Plastik-Ponchos, die einfach nur aus einer Plastikfolie bestehen. Da würde ich dir einfach von abraten, weil das ist wahnsinnig schnell kaputt und dann hast du einen Haufen Plastikmüll, mit dem du nichts mehr anfangen kannst. Dazu kommt, dass es darunter sicherlich sehr schön sehr warm wird, wie im Gewächshaus und es wirklich null atmungsaktiv ist. Also da sehe ich jetzt keinen größeren Wert drin. Der vierte Kandidat auf unserer Regenschutzliste ist ein eher unbekannter und ich freue mich, ihn euch heute vorstellen zu dürfen, der Regenrock. Das ist auch wirklich ein Kleidungsstück, was nicht für Frauen ausschließlich gedacht ist, sondern was auch Männer nutzen, was vor allem Menschen nutzen, die auf Langstreckenwanderungen unterwegs sind und die wohl einfachste und simpelste Methode ist, da für seine Beine oder zumindest den oberen Bereich einen Regenschutz herzustellen. Und im allergünstigsten Fall nutzen einige Leute auch wirklich einen Plastikmüllsack, den sie mit Klebeband um ihre Hüften kleben. Das ist jetzt natürlich auch aus Nachhaltigkeitssicht widerfraglich, aber ihr versteht das Prinzip. Also es geht darum, dass der Regen noch bis knapp über die Knie abgehalten wird, damit das Wasser, was von eurer Regenjacke runterläuft, nicht auf die Oberschenkel läuft, denn gerade Bauch, Oberschenkel und alles, was ihr da sonst noch so habt, ja gerade temperaturempfindliche Bereiche sind. Und um da die Kleidung davor zu schützen, sich mit Wasser voll zu saugen, soll der Regenrock das Ganze einfach noch eine Etage tiefer weiterleiten bis zu den Unterschenkeln, denn da ist man in der Regel ja nicht so kälteempfindlich wie weiter oben. Vorteil ist eben hier, dass es super leicht ist, dass es auch sehr schnell wieder trocknet, wenn es aufgehört hat zu regnen, dass ihr eine gute Belüftung weiterhin beim Wandern habt. Ihr kommt sicherlich auch weiterhin an eure Hosentaschen ran. Der einzige Nachteil ist wahrscheinlich, dass gerade hier in Deutschland die Optik ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist und ja, das habe ich hierzulande zumindest noch nicht gesehen. Ich habe mir selber vor ein paar Jahren mal im Secondhand-Laden so einen Regenrock gekauft, der laut Etikett aber scheinbar auch nicht für den europäischen Markt produziert wurde und funktional auch eher, ja, wahrscheinlich modische Zwecke erfüllen soll. Also ich hatte den mal einmal sowohl auf dem Fahrrad im Regen als auch einmal beim Wandern im Regen an und auf dem Fahrrad nützt der gar nichts, weil der viel zu lang ist und direkt wegweht. Und beim Wandern hatte ich jetzt zum Glück nicht so viel Wind, aber ich habe schon gemerkt, sobald ein bisschen Wind kommt, würde der mir da gar nichts nützen, weil er einfach viel zu weit ist. Also die Länge bis zu den Knien erscheint mir schon plausibel. Zu guter Letzt und der Vollständigkeit halber sei hier auch noch der gute alte Regenschirm erwähnt. Der hat für mich seine Daseinsberechtigung bei Tagestouren, wenn es regnet oder schneit und ich dabei auch filmen möchte, dann habe ich gleich ein gutes Dach für mein Equipment. Ansonsten ist ein Schirm natürlich bei Wind auch eher ungünstig und würden wahrscheinlich auch nicht viele von euch auf eine längere Wanderung mitnehmen. Weitere Features, die ich noch erwähnen möchte, ich nehme mir auch gerne immer eine Schirmmütze mit und kombiniere die mit der Kapuze meiner Regenjacke, um eben dieses angesprochene Dach nach vorne zu erweitern, damit gerade für mich als Brillenträgerin das Wasser nicht komplett immer auf meinen Brillengläsern landet. Dann gibt es Gamaschen, die ihr über eure Schuhe drüber machen könnt, damit das Wasser nicht von oben in die Schuhe reinläuft. Also das lohnt sich wahrscheinlich, wenn ihr durch sumpfige Gebiete geht, wo ihr so nasses Gras, hohes nasses Gras habt und sonst eure Schuhe von oben durchweichen würden. Habe ich selber aber noch nicht ausprobiert. Zur Rucksack-Regenhülle habe ich ja schon das ein oder andere Wörtchen in anderen Videos verloren. Ich finde es immer praktisch, eine dabei zu haben, schon auch aus dem Aspekt, dass man dann eine Art Plane hat, wenn man irgendwo ankommt, um erstmal seine Sachen drauf auszubreiten, die dann trocken sein können. Auch wenn ich es sozusagen beim Tragen dann manchmal blöd finde, dass man nicht mehr an die Außentaschen vom Rucksack oder überhaupt schlechter an den Rucksack rankommt. Aber so ist es nun mal. Dann besitze ich noch eine Handy-Regenhülle, aber die habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt, weil die meisten Handys ja auf jeden Fall spritzwassergeschützt sind und wenn nicht sogar wassergeschützt. Das lohnt sich wahrscheinlich eher, wenn ihr Fahrrad fahrt und das Handy wirklich den ganzen Tag als Navi da im Regen vollgeprasselt wird. Dann ergibt das vielleicht mehr Sinn. Aber so beim Wandern hat es sich jetzt für mich nicht bewährt. So, jetzt habt ihr erstmal einen groben Überblick, welche Kleidungsstücke es so gibt. Im nächsten Teil, wie gesagt, geht es dann um die konkreten Materialien, um die Angaben, die ihr wissen müsst. Ansonsten, falls euch bisher schon mal was einfällt, was ich vergessen habe, falls ihr auch noch ein abgefahrenes Kleidungsstück kennt, was euch vor Regen schützt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Falls du dich generell für die Themen Wandern und Outdoor interessierst, bist du herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Ciao! Bis bald.